Jetzt kommen wir zum zehnten Punkt der Tagesordnung. Wir kommen nun zur Diskussion über die Umsetzung des Weltklimavertrags von Paris, der am 6. November 2016 in Kraft treten wird. Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius betragen. Dafür müsste die Emission klimaschädlicher Gase bis 2050 auf Netto-Null herabgesenkt werden. Dazu bedarf es entsprechender Schritte auf nationalstaatlicher Ebene. Das österreichische Parlament hat daher in einer parlamentarischen Enquete im Juni darüber diskutiert, wie diese Ziele erreicht werden können.